Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute machen wir mal etwas ganz Unverfrorenes. Ihr habt danach gefragt und ich liefere. Und zwar begleitet ihr mich heute bei einem echten Training von mir. Es wurde mal in einigen Kommentaren gefragt, ob ich nicht mal mein Training zeigen kann. Und zwar ein ganz authentisches Training, kein Vorführen von einzelnen Geräten und so weiter, sondern genauso wie ich trainiere, nur dass die Kamera jetzt dahinter ist. Genau das habe ich gemacht und mal abgefilmt und weil ich nicht Lust hatte, dann immer währenddessen zu sprechen, mache ich das jetzt quasi mit einer Reaction darauf beziehungsweise werde jetzt ein bisschen was dazu sagen, damit ihr auch Hintergrundinformationen bekommt. Zu sagen ist, dass dies ein Training ist am Anfang meines Trainingszykluses. Ich war jetzt wieder sehr viel reisen, war wieder sehr viel weg und ich muss jetzt gerade wieder ins Training reinkommen. Zusätzlich habe ich in den letzten drei bis vier Wochen ein Myokalypse-Training hinter mir. Ich habe das genutzt, um zu Hause zu trainieren mit meinen kleinen Handeln und habe da eben 100 Wiederholungssätze gemacht und habe da unter anderem auch den Heavy-Myo-Set rausentwickelt. Findet ihr da oben. Und jetzt komme ich langsam wieder ins, darf ich richtiges Training sagen? Ja, ich vermisse es und es passierte auch nicht so viel. Aber mehr zu meinem Resultat, zumindest von vier Wochen Myokalypse, werdet ihr noch erfahren. Und da kommt noch ein eigenes Video drüber. Jetzt steigen wir ein. Es ist ein reines Brusttraining, nichts anderes. Ich habe das deswegen gemacht, weil ich direkt heute wieder den Rücken trainieren werde. Deswegen seht ihr jetzt hier die reine Brustroutine. Ich bin hier gerade im Five-Star-Fitness in Langenfeld und dann fangen wir jetzt mal an und steigen ein. So, da sehen wir, wie ich vor dem Spiegel bin und mich warm mache. Und das ist so die erste große Message und das vielleicht Auffälligste an dem Training, wenn ihr meine echte Trainingsroutine seht. Das hier ist jetzt nicht etwa so ein Strebertraining, wo ich zeigen möchte, dass ich mich lange und ausführlich aufwärme. In Wirklichkeit macht das keiner und rennt einfach nur durch. Wie gesagt, das ist meine echte Trainingsroutine zu 100% und es ist ein sehr ausführliches Aufwärmen. Hier seht ihr, dass ich erstmal sehr vorsichtig meine Schulterrotatoren aufwärme. Nur mit dieser Übung. Ich habe keine guten Erfahrungen gemacht, glaube ich, mit der seitlichen Variante. Denn ausgerechnet, als ich die ungefähr ein halbes Jahr gemacht habe, habe ich mich zum ersten Mal sehr ernsthaft an der Schulter verletzt. Jetzt muss das nicht daher kommen, natürlich. Aber unmittelbar danach, als ich mich viel erkundigt habe, habe ich auch gehört, die soll gar nicht mal so gut sein. Deswegen mache ich es jetzt mit der Variante. Und wie ihr hier seht, ich trainiere auch, na nicht trainiere, ich wärme auch meine Schultern sehr stark auf. Meine Schultern, nachdem ich jetzt über ein Jahr eine Schulterverletzung habe, sind mir sehr, sehr wichtig geworden. Aber bevor ihr da draußen jetzt denkt, ach gut, er hatte Schulterverletzungen, dann brauche ich das ja nicht. Doch, es ist also nicht nur, wenn man mal was hatte oder wenn man so alt ist, dass man etwas befürchtet oder wenn man ein völlig fragiler Knochen ist. Sondern grundsätzlich tut es gut, die Schultern stark aufzuwärmen. Ihr habt eine bessere Muscle-Mind-Connection, weil alles über die Schulter in die Brust geht. Und wenn die warm und schon mal richtig gut viel Blut drin ist, kann euch auch nichts passieren. Denn glaubt mir, wenn ihr noch keine Schulterverletzung habt, ihr wollt auch nicht die erste haben. Denn das ist auch meistens der Einstieg für viele weitere. Ist die Schulter einmal so ein bisschen angeknackst, bringt es nichts mehr. Aber, wie gesagt, es ist nicht nur kompensatorisch und ihr müsst denken, ja gut, wenn ich die mehr aufwärme, werde ich dafür weniger vom Training haben. Nein, ihr habt mehr davon. Also, in allen Bereichen besser. Hier seht ihr, ich mache jetzt gerade die zweite Runde. Das heißt, ich habe nach den Schulterrotatoren Seitheben gemacht, jetzt wieder die Schulterrotatoren, wieder Seitheben. Das ist so die Anfangsroutine. Ich nerve euch jetzt nicht zu viel mit den Durchgängen. Die mache ich insgesamt dreimal. Das heißt, wir haben hier drei Sätze für die Schulterrotatoren, 20 Wiederholungen. Sehr darauf konzentrieren, dass ihr das gerade macht und hier das Ziehen drin spürt in der oberen Wiederholung. Und dann allgemein mit Seitheben, mit 15, 20 Wiederholungen einfach die Schultern warm machen. Sodass im ganzen Schulterkopf einfach richtig viel Blut reinkommt. Hier seht ihr, dass ich das gleiche nochmal an der Maschine mache. Übrigens eine saukoole Maschine. Macht richtig Spaß. Und da auch nochmal ein Gips in den Gefühl reinbekomme in die Schulter. Das wäre dann insgesamt für die Schulter der vierte Satz und zusätzlich drei Sätze für die Schulterrotatoren. Jetzt, nachdem ich siebenmal schon was für die Schultern grob gemacht habe, geht es an ein spezifischeres Aufwärmen. Und zwar werde ich jetzt langsam die Brust aufwärmen. Wie mache ich das? Ich mache mehrere Sätze Liegestütze und das natürlich immer mit Liegestützhilfe. Hier benutze ich dieses Gerät. Niemals mache ich das, indem ich die Handgelenke da auflege. Dafür bin ich viel zu empfindlich an den Handgelenken und will mir die auch nicht verletzen. Also wenn, dann mit den Fäusten, aber am besten mit solchen Griffen oder mit Liegestützgriffen, die ich auch letztens auf dem Kanal präsentiert habe. Und da bringe ich so 30, 40 Liegestütze am Stück, sodass wirklich richtig Pump reinkommt. Und hier kommen wir zu dem großen Sinn dahinter. Es soll ein Pump reinkommen. Ich will eine richtig aufgepumpte Brust haben. Hier sind wir nicht schon beim zweiten Satz. Insgesamt mache ich 100 Wiederholungen Liegestütze. Natürlich nicht so, dass ihr die letzte rauspresst. Ihr sollt euch nicht ausschöpfen, den Muskel bereits platt machen. Aber ihr sollt schon einiges an Wiederholungen drauf haben. Und dann gehen wir noch ins ganz spezifische Aufwärmen für die Übung. Also ihr seht, die Schultern sind bereits schon warm, die sind schon heiß, die sind schon aufgepumpt. Jetzt wird die Brust aufgepumpt. Und ich kann nicht genug das Wort Pump erwähnen. Habt ihr das schon mal gemerkt bei einem Training, wenn ihr drei Übungen habt? Und ab der mittleren Übung, so ab dem vierten, fünften Satz, wenn ihr bei der zweiten Übung schon seid, dass es da auf einmal ihr viel mehr Muskelgefühl habt und viel besser funktioniert, hab ich sehr oft festgestellt und erst sehr spät gemerkt, dass das eigentlich daran liegt, dass ich dann so aufgepumpt bin, dass meine Muscle-Mind-Connection wesentlich besser ist. Jetzt pumpe ich mich einfach vorher auf, dann seht ihr auch besser aus von Anfang an im Training, zieht das T-Shirt aus und alles ist geil, aber ihr habt ein viel besseres Gefühl. Also, hier seht ihr jetzt, dass ich schon ins spezifische Aufwärmen gehe, denn meine erste Übung ist Kurzhandel-Bankdrücken. Und hier nehme ich die 25 Kilo und mache damit schon mal 15, 20 Wiederholungen, um dann ins Gefühl der Übung selbst reinzukommen. Hier seht ihr jetzt den zweiten Satz, also es kommt nochmal, jetzt nähere ich mich langsam an das Gewicht, das ich später nehmen möchte. Hier sind wir bei 30 Kilogramm. Und ja, damit mache ich dann nur noch so um die 10 Wiederholungen. Jetzt geht es darum, die Schulter an dieses Gewicht zu gewöhnen und an die spezielle Übung. Ich versuche sie so sauber es geht auszuführen. Ihr seht hier, das ist nicht etwa abfälschen. Ich gehe nicht ganz hoch, ja, weil dann verliere ich meine Muscle-Mind-Connection zur Brust. Auch da gibt es schon ein Video drauf über Range, hier auf dem Kanal über die Range of Motion. Und das ist genau die Range of Motion, wo ich am meisten in der Brust spüre. Nicht zu weit runter, nicht zu weit hoch. Hier wärme ich mich jetzt nochmal auf mit 40 Kilo und dann bin ich auch schon, weil mein Endgewicht wird gleich 47. Da seht ihr es, das ist jetzt mein erster Working Set, 47,5 Kilo sein. Deswegen habe ich mich bis 40 Kilo aufgewärmt. Heißt aber auch, dass ich die 40 Kilo jetzt nicht 10, 15 Mal mache, sondern vielleicht auch nur 5, 6 Mal. Hauptsache ich gewöhne mich an das Gewicht. Und jetzt wird es ernst. Dafür, dass ich schon so lange nicht trainiert habe, sind das ganz schöne Keulen für mich, die 47,5. Und ich ziele darauf ab, dass ich hier gerade mal vielleicht 5, 6 Wiederholungen schaffe. Und ja, da haben wir noch die 4., die 5. Und die 6. ging nicht mehr ganz. Und wie man es dann so schön macht, einfach plumpsen lassen. So, T-Shirt kann jetzt ausgezogen werden. Und hier sind wir im zweiten echten Arbeitssatz. Man muss sich mal überlegen, mein Aufwärm-Training ging zwischen 30 und 40 Minuten und hat mehr als 15 Sätze erfordert. Also richtig ausführliches Aufwärmen. Aber ich kann es nicht oft genug betonen, das ist kein Streberdingen, sondern ihr fühlt euch so stark und gut, wenn ihr in den ersten Satz geht. Das ist Wahnsinn. Und ich habe es viel zu spät entdeckt, weil ich auch die ersten 15 Jahre meines Trainings dachte, so weit möchte ich mich nicht aufwärmen, das brauche ich nicht. Hier habe ich jetzt schon die Unterstützung, die freundliche Unterstützung von einem anderen Sascha, von dem Studioleiter selbst. Im 5-Star Fitness in Langenfeld, wahnsinniges Studio. Also im Moment das beste Studio, das ich hier tatsächlich in Deutschland kenne. Mit tollen Geräten. Und jetzt kommen wir zur zweiten Übung. Erste Übung also, drei Sätze Kurzhantelbank drücken. Zweite Übung. Ich wollte vor allem auch die mal ausprobieren. Das ist jetzt noch kein Plan, wo ich denke, den werde ich die nächsten Monate beibehalten, sondern das ist vor allem einer, um mal diese neuen Maschinen hier auszuprobieren. Klar, Kurzhantelbank drücken mache ich gerne, aber hier fliegende Maschine mit Plate Loaded, kenne ich noch nicht und deswegen wollte ich die mal unbedingt ausprobieren. Auch wieder auf Flachbank, ihr seht also, wir hatten Flachbank Kurzhantel drücken und jetzt wieder Flachbank fliegende. Normalerweise bringe ich da schon einen Wechsel rein und mache das mit Schrägbank oder Negativbank. Aber wie gesagt, das ist dem nur geschuldet, dass ich hier das Gerät mal ausprobieren wollte. Wer einen perfekten, tollen, ausgetüftelten Brustplan haben möchte, schaut sich bitte das Video, auch da oben zu finden, das Top 5 Brustübungen, nicht abschrecken lassen, das ist extra so gewählt, der Titel. Es geht darum, den wirklich optimalen Brustplan, Trainingsplan aufzustellen. Und was ihr da beachten müsst, findet ihr in dem Video. Da habe ich jetzt nochmal 5 Kilo weggetan und gucke, dass ich jetzt nochmal so zwischen 6 und 8 Wiederholungen bekomme, während im Hintergrund gesaugt wird. Das Studium muss auch sauber gehalten werden. Immerhin ist das hier nachts und mit freundlicher Unterstützung darf ich da nachts trainieren, ohne dass da Leute sind, kann auch besser filmen. Insgesamt habe ich 3 Sätze gemacht. Also wir haben jetzt schon die zweite Übung gemacht, 3 Sätze fliegende und jetzt geht es an die Negativpresse. Tolle Maschine, muss ich sagen, auch von Jim 80. Ich hänge hier jetzt noch wie ein Affe auf dem Schleifstein, weil ich da hinten das an den Beinen nicht richtig eingestellt habe. Aber der Winkel oben für die Negativhaltung für die Brust ist schon richtig gut. Und ihr seht, dass die Bank gar nicht so abgeschrägt ist. Lasst euch aber nicht täuschen, dafür drückt man ja auch ein wenig mehr nach vorne und nicht komplett nach oben. Also der Negativwinkel ist echt super. Man kann da ordentlich was rausquetschen. Auch von dieser Übung, das ist jetzt schon die dritte Übung, mache ich 3 Sätze. Also 3x3, ganz klassisch. Ich mache hier nicht zu viel, vor allem weil es eben auch noch mein Trainingseinstieg ist. Sonst könnte man vielleicht einen Satz mehr machen. Aber es kommt sogar noch eine Übung nach, weil ich ja mich ein bisschen ausprobiere hier. Und ich spüre es heute schon gut in der Brust. Das sind jetzt hier ca. 18 Stunden nach dem Training. Hat was gebracht. Hier sind wir im nächsten Satz. Er versucht mir da noch so ein bisschen zu helfen. Das heißt, immer wieder streue ich auch kleine Intensivwiederholungen rein. Einfach um möglichst viel rauszuquetschen. Aber das mache ich ganz nach Gefühl. Da gibt es jetzt nicht großartig, was ich da schon aufschreibe oder tracke. Nicht im Moment, obwohl ich grundsätzlich das Tracken empfehle. Auch dazu wird nochmal ein Video folgen, wie man am besten trackt und warum. Und was das überhaupt für einen Sinn macht. Und was ihr alles davon habt. So, und hier kommen wir zum, ich glaube, dritten und letzten Satz. Hier seht ihr, dass ich jetzt am Anfang was ganz anderes mache. Ich bleibe nur oben und versuche da so ein bisschen im Peak eine gute Kontraktion reinzubekommen. Und dann starte ich wieder durch. Also solche kleinen, ganz nach Gefühl gehenden Variationen kann man mal reinbringen. Aber da quetsche ich mir schon einen ab. Viel mehr war nicht drin. Wir sind also bei dem Training, habt ihr vielleicht gemerkt, sehr stark im Kraftbereich geblieben. Ich war immer zwischen 5, 6 und maximal 10 Wiederholungen. Wahrscheinlich meistens nur 8, 9. Und hier sind wir an der letzten Maschine. Kenne ich auch so nicht aus den meisten McFits. Das ist eine normale Steckgewichtmaschine, aber Schrägbank. Und deswegen, da habe ich jetzt auch nochmal die Schrägbank drin. Wir haben also insgesamt Flachbank, Schrägbank und Negativbank drin. Schon wieder alles komplett, wenn man 4 Übungen hat. Nur meines Geschmacks, meines Erachtens nach, hätte die Schrägbank ein bisschen früher kommen müssen. Aber wie gesagt, dem geschuldet, dass ich hier mal ausprobieren wollte. Was ich jetzt hier mache, was ihr seht, ich mache einen Pausensatz. Ich erhole mich ein bisschen, atme ein bisschen durch. Und jetzt sind vielleicht gerade mal 10 Sekunden vergangen. Und ich setze wieder an. Ja, vielleicht 12, vielleicht 13 Sekunden. Und ich mache direkt weiter. Das ist jetzt die allerletzte Übung. Und da power ich mich nochmal so ein bisschen aus. Ich habe bisher, glaube ich, durchgehend gequatscht, oder? Ich weiß nicht, ob das nervt oder nicht. Lasst mir ganz gerne mal jetzt schon Kommentare da. Oder auch einfach die Symbolzeichen. Ob euch diese Art der Videos gefallen, wenn ich das selbst kommentiere und mein Training präsentiere. Könnt ihr euch gleichzeitig darauf konzentrieren? Ist das gut, wenn ich das kommentiere? Mögt ihr es lieber, wenn ich das im Fitnessstudio mache? Nur dann wird das Video meistens länger, weil ich ja dann rede und zeige, wie ich trainiere. Hier kann ich beides gleichzeitig machen. Schreibt mir gerne mal, ob euch das Format so gefällt und ob euch das was bringt, wenn ihr mein Training seht. So, ihr seht, jetzt mache ich ein Dropset. Gut gepumpt. Runtergestellt. Meistens so auf 60% des Gewichts. Also hatte ich vorher 80, gehe ich jetzt auf 50. Hatte ich vorher 100, gehe ich jetzt auf 60 und so weiter. Und quetsche nochmal was raus. Auch hier seht ihr, die Range of Motion habe ich so, dass ich es wirklich am besten oben spüre. Das ist nicht etwa, weil ich nicht durchstrecken kann. Klar, da könnte ich vielleicht nicht ganz so viele Wiederholungen machen, aber dann spüre ich es eben auch nicht mehr, sondern viel im vorderen Delta. Dreifacher Dropset. Jetzt setze ich nochmal runter. Hatte ich also mit 80 angefangen, habe ich 50 und jetzt bin ich vielleicht bei 30. Und quetsche nochmal was hinterher. Dürfte dann auch der allerletzte Satz sein. Da kommt wieder die treue Hilfe. Er will jetzt nochmal umstecken, aber das lasse ich mir nicht gefallen. Ich muss kein vierten Dropset haben. Drei sind schon gut genug. Und jetzt kommt hier sogar noch was hinterher. Mein Training, mein offizielles Satz ist vorbei. Hier labere ich in die Kamera. Und klicke da nochmal richtig viel Blut rein und gespüre. Und das war's dann. Und jetzt kommen einfach nochmal die paar Liegestütze. So. Aber das ist nur ein Satz. Ich mache jetzt nicht wieder 100 oder sonst irgendetwas, sondern versuche einfach nochmal so ein bisschen da was raus zu quetschen. Das ist schon fast mehr Spaß an der Freud, damit die Aminosäuren auch richtig schöne Blut-Rush dort haben und reinkommen. Ja, und das war so im Großen und Ganzen mein Brusttraining. Und so sieht auch echt mein Brusttraining aus. Das Einzige, was jetzt passiert ist, normalerweise trainiere ich dann danach noch eine kleine Muskelgruppe. Also entweder den Bizeps, wenn ich ein Antagonistentraining habe, also quasi nicht den Trizeps. Oder ich trainiere den Trizeps hinterher oder die Schultern hinterher. Und das ist die normale Brustroutine. Nicht viel mehr, nicht viel weniger. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir den Daumen da, aber stellt auch eure Fragen. Ihr habt sicherlich ein paar Fragen zu den Übungen, zu der Aufteilung, zu dem, wie ich es gemacht habe, zu der Technik, Trainingsplangestaltung, was auch immer. Schaut ihr euch die Videos an, die in den Infoboxen sind. Ich hoffe, ich habe diesmal alle Infoboxen verlinkt. Zur Not, unten findet ihr auch nochmal in den Infos die Videos, die euch weiterführen würden nach diesem Brusttraining. Und ich habe auch mal ein anderes Brusttraining, das ich vor der FIBO gemacht habe, drin. Dann seht ihr nochmal mein authentisches Training. Ja, wenn ihr davon mehr wissen wollt, stellt es gerne in den Kommentaren. Rücken, Armtraining, Beintraining, was auch immer. Heute werde ich ein Rückentraining machen. Und zwar mit einer Dame. Das heißt, auch für die Frauen da draußen, so wird richtig trainiert. Das war es jetzt von mir. Bis bald. Macht's gut. Nichts mehr verpassen. Abonnieren. Euer Gotti. Euer Gotti. Euer Gotti. Bis zum nächsten Mal.